So, dann machen wir hier mal spritzelig weiter in Inside Damit haben wir jetzt mal das Wasser abgepumpt, dann können wir hier weiter So, da kommen wir erstmal nicht hoch, da wird bestimmt unten irgendwas sein Ne, da ist ne Tür, warte mal Ach, die war ja zu scheiße So, nochmal runter Ah, komm Sehr schön Alter, ist das hier dunkel Das ist schon nicht mehr feierlich, ey Das müssen wir wahrscheinlich rausschieben Dann wahrscheinlich an der Kette springen Passt Passt So, was haben wir hier? Ah, Licht, ey, fuck Fuck Sehr schön Scheiße Das muss schneller gehen Na komm Sehr schön Sehr schön Ach, Mist, ey Das müssen wir wahrscheinlich zweimal machen Boah, so So Aber jetzt, so Oh, ja Oh, ja Okay Mal, hätte ich mich nachsehen Oh nein So ein Scheißdreck ey Das hat nicht schon so reich Das müssen wir viermal machen ey Fuck ey Das wird lustig ey Lustig Oh man ey Das ist ja nicht mehr normal ey Na komm Oh man ey Wunderbar Alter Der Ding hat mich fast gekriegt ey Alter war das knapp Boah Alter Erstmal was saufen Alter Hammer War ja heftig ey Lieber nicht fallen lassen ey Ne ne Ich springe bestimmt wieder nur auf dem krassen Beton ey Geil gesagt ey Boah die Atmosphäre ey Hammer Oh komm 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 Alter ich weiß nicht wo ich hier bin Alter Hammer Die Naschen da hinten Dreck Drecks wie rot ab Alter Geil Zehn Atom Backflip So Weiter geht's So Weiter geht's Nein du Scheißdreckstie Verpiss dich alter Oh Diese Drecksfischer ey Scheißdreckstie Komm 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 Alter Was ist denn hier los Komm 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 Alter Das ist ja heftig Alter ich muss den Ton mal kurz unterstellen ey Alter ich muss den Ton mal kurz unterstellen ey Wahrscheinlich müssen wir wieder ähm Zum Zaun springen So einmal und wieder zurück Äh da hin und her Ihr Scheißdreckstiecher Mann ey Da verpisst euch ey Machs Sitz ey Oh Mann ey Ja schaffst du maximal ein ey Na kommt Komm 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 Und wieder hoch Das scheiß Fischer alter Das scheiß Fischer alter Komm die schaffe ich Na ja wohl Sehr schön Das war kackte Fiescher, ey, echt, ey. Alter, wo bin ich denn hier jetzt, ey? Oder Schiff, Zwerg, oder wat? Na, Licht, ey, ne, das ist ja nicht gut, ey. Alter, geht mal da unten, ne Tauchkugel. Ey, hau rein, ey. Na. Der Arsch kommt da hochgeklettert, äh, sehr schön. Warte mal, erst mal gucken, wat passiert. Bin da hier in den Dunkeln, da sieht mich nicht, sieht mich sowieso keiner. So, die holen jetzt da rein, warten wir mal, bis die drinnen sind. Und jetzt, ja. Dann klauen wir die uns mal. Sehr schön, oh, geil, ey. Wie geil ist denn das, ey? Na, so hat Taiko noch nie gesehen. Na, ist ja der Hammer. Oh, wie geil ist denn das denn, ey? Oh, wie geil. Ja. Oh, geil. boah wohin wahrscheinlich runter ja da brennt licht ah geil na wie geil hat auch richtig schub hammer also gab selten so weit geld gesehen ok also da lang noch mal wahrscheinlich noch mal und naja schon stabil die scheiße alter bis unten hin musste mal langsam durch sein jedes ding na da noch mal rin na jetzt muss er jetzt langsam brechen hier noch mal jeden knallt also durch schwimmen kann ich mir vorstellen oder doch oh man so schwimmen wir mal hier noch mal naja da ist er auch raus sehr schön oh man was das für ein game kommt da oben überhaupt raus wo bin ich denn hier oh man da was platt gemacht na mal naja die haben mich fast überrollt die dinger ey keine sache kann ich jetzt da lang kann ich jetzt da lang ja ziemlich bergstall hier ey ok ok wie sich die welt hier alles so verändert äh schon cool ok nochmal das war richtig knapp puh guck mal gespannt wird hier noch allzu passiert ey gut 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 da müssen wir wahrscheinlich ran springen und dann da rüber kicken alter oh boah sehr schön oh hier haben wir wieder einen knopf juhu ah alter was war denn das so 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 ach du scheiße und auch so jetzt na komm ach scheiße Nassama Uaah Es kommt noch mal auf, oder? Nassama Alter Scheiße, ey Jawohl Mann, Mann, Mann ist das kompliziert, ey Wunderbar Ah, hier haben wir wieder einen geilen Knopf Den kann ich ja schlecht drücken, ey Oh Mann Naja, warte mal, dann kann ich da runter tauchen Genau So Immer schön aktiv tauchen hier Komm, 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 komm Komm So, mal gucken, was passiert ist Dann hätte ich Wasser da oben lassen können, oder? Oder auch nicht Oh Machen wir hier unten nochmal irgendwas Äh Kann ich da auf das Wasser wieder hoch machen, ey Das heißt, das wäre ja albern So, mal gucken, ob ich das schaffe Ne, natürlich nicht Komm, komm, komm Dann kann ich den doch wieder hoch machen Ich wollte schon sagen, ey So So Dann wieder raus wieder raus wieder rinnen Was für ein game Komm, komm, komm Komm, komm Komm, komm Ja, schon oh man ja schon jawohl wo was denn das verschwinde die schwimmen doch alle drum bist du scheiß was denn so dann machen wir mal spritze stoppen machen in der nächsten runde weiter also haut rein bis dann